Hallo zusammen, ich bin auf dem Weg wieder von einem Ort zum anderen und auch da sind ja unterwegs immer so schöne kleine Sachen wie hier jetzt zum Beispiel der Twindefossen in der gleichnamigen Stadt Voss. Was heißt gleichnamig? In der Stadt Voss. Da wo glaube ich, dass das teure Wasser herkommt. Und ich dachte mir, das muss ich euch auch unbedingt mal zeigen. Nicht unbedingt diesen Souvenir Shop, was auch immer schön ist. Ich werde auch mal durchstöbern, das ist jetzt mein erster auf dieser Tour. Aber hauptsächlich geht es mir darum, was gleich hier um die Ecke zu sehen ist. Als erstes dieser schöne Bach. Man geht hier über so eine kleine Brücke. Daneben ist auch so ein Campingplatz, wo man mit Zeltwohnwagen stehen kann oder in diesen Hütten schlafen. Um dann hier diese Twin Falls zu sehen. Auch dies wird wieder eins von diesen ganz kurzen Videos sein. Aber es ist einfach unheimlich beeindruckend, hier so vorzustehen. Hier mal eine kleine Seitenansicht. Zur linken Seite ist das Twin Fossen. Kommt das Wasser hier so über diese Stufen runter. Und das ist nichts künstlich angelegt. Das darf man also nie vergessen. Und ich würde sagen, von hier ist das im Moment der schönste Ausblick oder Anblick. Und jetzt gehe ich hier schon auf das Ende des Weges zu. Ich hoffe echt bei jedem Video, dass das halbwegs gut rüberkommt, wie es ist. Es ist einfach unglaublich. Sage ich jedes Mal, glaube ich. Aber es ist so. Schaut auf jeden Fall auch mal in diesem Foto einen Beitrag, den ich dann auch noch erstellen werde. Ups, da fällt mir ein, ich habe gerade vergessen, an dem Twin Fossen das Ende abzumoderieren. Also, das war's. Ich roll schon wieder, wie ihr sehen könnt. Weiter durch die schöne Natur von Novi.